So, jetzt nach rechts rennen. Und damit willkommen zurück zu Super Mario Maker 2. One Level per Day. Speedrun. 30 Sekunden. Errors are fake. Juju9987. Lieber Juju, du hast die Möglichkeit in dem Formular deinen Namen richtig einzugeben. Bitte mach das. Wie gesagt, das sind jetzt alles noch kleine Hinweise darauf. Achtet drauf, euren Namen richtig einzugeben. Denn ich muss das alles manuell mit der Hand dann wieder bearbeiten, was ja auch eigentlich normalerweise kein Ding wäre. Aber aufgrund der ganzen Fülle an Informationen, die ich halt sammle von euren Eingaben für Videobeschreibung und so weiter, ist es natürlich ein extremer Mehraufwand. Deswegen bitte ich auch immer die Leute das entsprechende Formular auszufüllen. Pfeile sind also fake. 38 Leute haben es geschafft. Der Rekord liegt bei 20 Sekunden. Bei Ratchet 6,57. Sollen wir uns das Ganze doch mal genauer betrachten. 30 Sekunden, wenn alles gut läuft. Moment. Ja. Pfeile stimmen nicht. Ja. So. Achte nicht auf die Pfeile. Nicht auf die Pfeile achten. Nicht auf die Pfeile. Ja. Nicht auf die Pfeile achten. Sag's noch und renne nach links. So. So, jetzt nach rechts rennen. Ich wollte doch gar nicht runter. Wie soll ich ihn da jetzt durch? Ist auch wieder fake. Ist halt abgelaufen. Ja, aber das ist doch jetzt hier Troll-Fake. Sollen das jetzt gehen? Wenn das jetzt ein Checkpoint ist mit Troll-Effekt, dann wäre das echt doof. Da muss man echt neu starten. Das ist dann ärgerlich. Wie soll ich denn das dann machen? So, nach rechts rennen. Wie soll denn das jetzt gehen? Ja, komm ich doch nur da runter. Hä? Ja, guck mal. Das hier ist doch alles ein Troll. Ja. 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 Wie soll denn das gehen? Ohne Schlüssel. Ähm. Wie soll das gehen? Zeit ist um. Wenn ihr mit Glitches gearbeitet würdet, bin ich da eh kein großer Fan von. So. Aber nix. Leute. Ja, die Pfeile sind fake. Das ist klar. Aber wie soll man denn da rüberkommen? Geht doch gar nicht, dass man da rüberkommt. Ich darf den Yoshi nicht nehmen. Da. Bei Yoshis. Dann kommt daraus natürlich dann nix. Einfach Luft. Jo. Trotzdem. Da. Hier ist dann die Kommunikation wirklich alles. Er hat zwar kommuniziert, er glaubt nicht den Pfeilen. Aber. Ja. Dieser Yoshi, der hat mich ärgert. Ich bin eigentlich selber drauf reingefallen. Also von dem her. Kann man ihm das jetzt nicht übel nehmen? Er hat es ordentlich kommuniziert. Das darf man jetzt nicht anders vergessen. Das ist halt dann so die Sache, ne? Dann kann man den Rekord schlagen. Das würde mich interessieren. So, hier. Komm, Beilung. So, wir sind in time. Sind wir jetzt zwar nicht, aber egal. Da sind wir durch. Jetzt durch die Röhre. Oh, ich schwöre, ne. Rekord habe ich nicht geschafft. Nee. Also Rekord schaffe ich nicht. Aber ich schaffe es jedenfalls in einer schnelleren Zeit als der von eben gerade. Gut. Also ihr habt gesehen, wenn man weiß, was er möchte, dann ist es machbar. Aber an dieser Stelle trotzdem. Es ist in Ordnung, aber... Es wurde mir zu wenig... Es wurde... Ja, das kommuniziert jetzt auch doof. Er sagt es. Der Pfeil. Ja, gut. Es ist ein gutes Level, aber kein toll. Ich bedanke mich jeweils ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trott Rhein. Und tschüss.